Mit ArtSportmoment 2019. Schwierig zu entscheiden, ich bin extrem happy mit dieser Saison. Wahrscheinlich, wenn ich etwas rauspicken muss, den Sieg an den European Games in Minsk im Einzelzeitfahren. Es war eine sehr spezielle Atmosphäre mit den kleinen europäischen Olympiadenspielen. Es war ein bisschen wie eine Olympia. Wir waren eine Woche dort. Die Spannung ist gestiegen, der Druck ist gestiegen. Ich hatte am Schluss das Einzelzeitfahren, als ich als 6. ins Ziel kam mit einem grossen Vorsprung. Ich musste aber dann das ganze Rennen auf diesem Hochzeit warten, bis ich wusste, ob ich gewonnen habe. Die Spannung war sehr gross und umso mehr die Erleichterung. Eine grosse Freude. Es ging dann weiter, sofort zurück an die Schweizer Meisterschaft, die ich auch gewinnen konnte. Es waren sehr emotionale, grosse Monate. Ich habe tolle Unterstützung erfahren. Es war einfach sehr schön. Das war sicher eines der Highlights. Und was ist dein Sportmoment 2019?